so ich habe hier versprochen zeige ich euch das essen dazu gibt es so kartoffeln durchgemacht kämpfreich kräuter würze käse mit herein auf der zedernholzplanke bei gut 200 grad im ofen im herd quatsch im grill das kann man jetzt so runter nehmen ich weiß hier ist noch drin wir werden anschneiden der sagt also es ist wunderbar ich denke es wird auch wunderbar schmecken das soll reichen das werden wir uns jetzt zu leib führen ich muss noch schärfere messer so versorgen ich bin hier den messer ups so ich sage jetzt mal kurz glaubt ich ich bin hier ich bin hier ich bin hier Kursus